Hier ist wieder dein Lehrer, der Großmeister der Turntables. Wir kommen nun zur Setliste mit den fortgeschrittenen Techniken. In dieser Lektion lernst du die Geheimnisse des Richtungscratches. Wenn sich diese Symbole hier durch die Trefferzone bewegen, musst du die passende Stream-Taste gedrückt halten und den Turntable in Richtung des Scratches drehen. Lass die Taste nach jedem Scratch wieder los. Ein Kinderspiel. Du bist dein Lehrer. Ein Kinderschwinder. Ich bin der Grund. Ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel. Gar nicht mal so übel, aber du solltest noch ein wenig daran arbeiten. Mit etwas mehr Übung wirst du richtig gut. Das war's für mich. Vielen Dank.